Es ist schon 20 Jahre her, als dies alles begann. Der Figur fand zu dieser Zeit seinen Anfang. Mit Herzlichkeit und Freude, die man bis heute spürt, wird der Betrieb von euch geführt. Ihr habt uns zu einer Familie gemacht, die alles miteinander teilt, die weint oder auch lacht. Wir danken euch für jeden Vigero-Moment. Für euren Einsatz ein großes Kompliment. Für euren Einsatz ein großes Kompliment. Zum Jubiläum feiern wir ein Fest. Ein Tag, den ihr ganz sicher nie vergesst. Und ist die Party dann irgendwann vorbei, dann starten wir mit den Feiern wieder neu. Was immer auch noch kommen mag, eine Familie bleibt bestehen. Die nächsten 20 Jahre werden wie im Flug vergehen. Und sind wir dann auch alt und grau, ein jeder von uns denkt. An seinen besten Le Figaro-Moment. Euer Traum, er wurde vor Jahren Wirklichkeit. Das Glück in eure Hand zu nehmen, dazu wart ihr bereit. Und war in dieser langen Zeit auch nicht alles leicht. Habt ihr etwas Großartiges erreicht. Zum Jubiläum feiern wir ein Fest. Ein Tag, den ihr ganz sicher nie vergesst. Und ist die Party dann irgendwann vorbei, Dann starten wir mit den Feiern wieder neu. Dann starten wir mit den Feiern wieder neu. Danke für die schönen Stunden, die wir gemeinsam teilen. Dafür, dass eure Hände stets zur Hilfe eilen. Momente, die von uns garantiert niemand vergisst. Danke, dass Le Figaro großartig ist. Heute Abend live on stage. Wir sind die Stargäste von Bernhard. Postelberg und Wenzelkult. Spaniel正 Ich bah существ versuchen, dass Le Figaro gar nicht mehr auf dich draufge exhibit.